Guck mal, ich kann sogar, ich kann sogar switchen. Wup, 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 wup. Ah. Hallöchen, Freunde und herzlich willkommen endlich mal wieder hier zu einer App, die ich mit euch spielen wollte. Und zwar SymmetricDot. Ich spiele das hier, so wie immer, auf meinem iPad. Und ihr seht schon dadurch, dass ihr es ja eh gerade auch eingeblendet seht und ich euch das gar nicht zeigen muss. Ihr seht schon, da ist unten links noch ein kleiner Finger, der zeigt auf Normal. Und da können wir einfach mal draufklicken auf Learn. Und jetzt spielen wir mal zusammen dieses erste Level und versuchen uns da so ein bisschen durchzufinden. Ich bin auf dieses Spiel gekommen, weil viele meinten, das sei so ähnlich wie Flappy Bird. Und das sollte ich mal wieder spielen und ein bisschen ausrasten und irgendwie so. Aber irgendwie glaub... Hä? Okay, ich nehme mal mein Free Herz. Och, das ist ja jetzt nicht wahr. Jetzt muss ich mir wieder so eine scheiß Werbung von so einem scheiß Auffausspiel angucken. Das ist auf jeden Fall super, aber nee, ich werde es nicht spielen. Congratulations, you've earned two more hearts. Okay, super, dann nehmen wir das doch mal direkt mit hier. Für unser immer noch Lernlevel sind wir, glaube ich. Ey, das ist so kompliziert, die Scheiße auf dem iPad zu spielen. Ey, ich hab... Was? Wo bin ich denn entgegengegangen? Ey, ich muss das irgendwie so mit meinem Arm so ein bisschen anders spielen, weil ich mit dem Daumen da nicht ganz rumkomme. Das ist viel zu kompliziert. Also ihr müsst wissen, diese beiden Dots agieren im Gleichklang. Und wenn ich den einen rüberziehe, kommt der andere zur anderen Seite, aber ich kann ihn nicht weiter auseinanderziehen als so und muss jetzt hier um diese Scheiße irgendwie rum. Und das ist immer noch das Lernlevel. Aber wir werden heute, ich verspreche es euch, auf jeden Fall noch aufs Level hart kommen. Wollt ihr eigentlich, dass ich in Zukunft mal wieder mehr so iPhone und iPad-Spiele spiele? Wir wurden da ein paar interessante Spiele zugesehen, dann kann ich davon ja mal ein paar zocken. Aber sonst würde ich echt sagen, ne? Läuft bei uns, Alter. Das ist überhaupt nicht schwer, Mann. Hier gehst du zack rum und zack. Und jetzt kommt wieder eine Kugel, oder? Guck mal, ich kann sogar... Ich kann sogar switchen. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Ey, wie geil das aussieht, Alter. Als wenn man auf Drogen wäre oder so. Fick die Scheiße hier, kann ich hier nicht irgendwie mal zurück oder so. Ich möchte nicht Try Again machen. Ich will... Wir gehen jetzt mal... Komm, wir gehen jetzt mal auf Easy. Ah, Mann! Sieben Herzen habe ich noch. Ich kann noch... Kann ich nicht einfach gleich mal so ein Leben irgendwie benutzen oder so? Ey, Alter, das ist schon schnell auf so, ne? Vor allem, dieses Spiel ist nicht so gerade das Flüssigste, kommt mir gerade so vor. Also irgendwie... Durch die ganze Scheiße ruckelt das doch total, Mann. Fünf Herzen habe ich noch. Hä? Kein Sinn! Was? Was für eine Scheiße! Ne, komm. Easy ist mir jetzt viel zu einfach, glaube ich. Ich nehme einfach mal... Uh! Oh, fuck, ist das schnell. Alter, da kriegst du ja einen Herz-Kollaps. Aber bisher schlage ich... Nicht, ne. Okay, ich mache das jetzt nochmal. Auf normal. Wow! Warum sind die so weit auseinander? Komm mal runter. Bruder! Hart! Oh! Komm, Junge! Komm, Bruder, los! Ich möchte wenigstens einen Score von fünf schaffen auf Hart. Ey, ich darf die auf jeden Fall nicht so nah auseinander nehmen. Ich nehme die jetzt ganz kleins... Mann! Junge, das kann auch nicht sein. Wir müssen doch bei Hart mindestens fünf schaffen. Komm, jetzt. Hier rum, hier eine Kugel. Ey, yo! Oh! Ein sehr, sehr... Interessantes... Zwölftausend Leute spielen die Scheiße. Komm, sag mal, das ist doch nicht... Kann das denn nicht irgendwie... Mal... Mir entgegenkommen, dieses Spiel? Ich gehe hier rein wie so ein motivierter Fleischklops. Und die kommen mir an wie so eine Hure und so ein verhaftetes Scheiße. Mann! Komm doch hier... Das ist doch nicht wahr! Ich muss es doch wohl hinkriegen. Ey, das ist doch... Ich glaube, ich mache jetzt eine andere Taktik. Ich mache das einfach so. Ich drehe da... Mann! Nicht aufregen, Luca. Nicht aufregen. Ey! Kann ich denn nicht irgendwie das Ganze mal mit einer anderen Taktik angehen, dass ich einfach... Yo! Oh, es hat geklappt. Aber ich kann das so drehen. Schaut, achtet. Oh! Mann! Da ist ein verdammter Kreis! Und ich treffe genau den Kreis mit meinem Ding da. So. Taktik anwenden. So rumdrehen. 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 Mann! Das ist so nice! Genau! Oh, ich verziehe mich hier schon voll aus der Facecam, sehe ich gerade. Ich muss so sitzen, damit ich in der Facecam bin. Mann! Das kann doch nicht... Guck mal. Ist gut, ne? Ist gut. Ah! Wie ist... Mh! Jetzt mal die Facecam ein bisschen verstellt. Ich glaube, dann solltet ihr mich besser sehen. Guck mal, direkt Facecam ver... Ich wollte gerade sagen, guck mal, Facecam verstellt und das klappt, aber das klappt nicht. Guck mal, das ist... Mann! Komm! Jetzt Taktik mit rumdrehen! Du Scheißspiel! Du sollst dich um die Kacke rumdrehen. Du sollst nicht dagegen fliegen. Guck, du drehst dich in dem Uhrzeigersinn. Verdammte Scheiße! Der bimmelt da die ganze Zeit gegen mit seinem... Dieses Spiel ist auch so ein richtiger... Dem wurde immer damals in der Grundschule bestimmt das Pausenbrot geklaut. Deswegen haben die Entwickler sich jetzt gedacht, komm, die ganzen Luschen spielen unser Spiel. Spiel spielt immer eins vor fünf! Apropos eins vor fünf. Es ist gerade eins vor fünf. Das kann doch nicht sein. Mein Ziel ist einmal bei Hard fünf Stück zu schaffen. Danach höre ich direkt auf und verschone euch mit dieser L! Ich weiß gar nicht, was meine Nachbarn auch gerade von mir denken. Die denken bestimmt... Ah, der Luca, der spiel hindert ein bisschen im Kopf. Der spielt bestimmt gerade... Die denken sich bestimmt... Ah, der spielt bestimmt gerade Symmetric. Doch, sie zockt das gerade selber oder so. Ich weiß nur, dass meine eine Nachbarin so ein bisschen... Mann, das kann doch nicht sein. Spieler spielt jetzt mit der Nase. Oh! Oh, ich dachte, ich habe mehr als Null geschafft. So, komm. Äh... Nö. Dieser Ball ist genau da, wo ich rum muss. Wie soll ich da dran vorbei? Das ist eine App, die... Che... Sieht doch so kacke aus. Guck mal, das spielen einfach nur 100 Leute. Aber es macht trotzdem besser aus, als diese eine Mysterious-App. Aber, Junge, ich kann mir das nicht vorstellen, dass da überhaupt... Ich habe Spucke an meinem Popschutz gehabt gerade. Komm jetzt. Bitte, was? Komm, letzter Versuch Ey, ich hab ja grad die Spucke hier weggemacht Jetzt ist mein ganzes iPad voll Komm, ja, weg hier Oh Äh? Werbung In dem Spiel Symmetric Dots Für das Spiel Symmetric Dots Gut Oder ist es nur die Info? Ich weiß nicht, was kann ich denn hier mitmachen? Ich kann Ach ja, wahrscheinlich brauche ich 30x2 bei Easy Nee, Quatsch, wir konzentrieren uns natürlich nur auf das Level Hard Wo ich seit 10 gefühlten Scheißjahren vers... Das war angedutscht Wenn man beim Fußball jemanden berührt, dann ist es auch nicht direkt ein Foul und kriegt eine rote Karte Guck jetzt Diese Pimmelbälle, Alter Wer braucht die denn? Guck mal, was wollen die denn? Die haben doch keine Freude Diese Pimm... Mann, ich will ja nicht vulgär werden in meinen Videos Aber wenn da so eine Kacke kommt, dann kann man halt nicht anders Das ist... Ja gut, ich spiele natürlich auch gerade auf... Ha! Wie soll ich denn... Ha, ha, ha Ich bin Symmetric Dots Mh Meine Spieler sind alle am Verzweifeln Okay, andere Sache Ich sage mir jetzt Highscore versuche ich zu knacken Also ich versuche eine 4 hinzukriegen Das... Mann Ich... Wie soll ich denn so schnell reagieren? Ich komme nicht mal so schnell an die Teile, wenn ich auf Start gerückt habe So Jetzt mal ein vernünftiger Start Hier durch Hier durch Komm, zack, zack Ja, komm, vier Okay, wir schaffen jetzt fünf Komm, das war so nah an der Fünf Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Huh? Huh? Hä? Wieso bin ich denn tot? Hey, gar keinen Sinn Ich habe das ganze Level geschafft, Mann Oh, Junge Aber ich würde sagen, meine lieben Freunde Mein Highscore ist elf Das ist extrem gut Also ich finde es gut für hart Wenn es euch gefallen hat Meine Softbox ist ein bisschen dunkler geworden Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat Würde ich mich definitiv über eine Bewertung freuen Wenn ihr mehr Scheiße auf dem iPad wollt Dann zeigt es mir mit einer Bewertung Oder schreibt es in die Kommentare Und dann sehen wir uns Morgen Bei den Commands wieder, glaube ich Wenn morgen Commands kommen sollten Tschüss Oh, ich habe meine Fell voll umgeschmissen Und dann spüriert es nur Wirilib faded Wir Era und Ich würde mich Es wäre Oder